Einen wunderschönen guten Tag zu diesem Informations-Ankündigungsvideo. Und zwar, wir programmieren ja immer so ein bisschen, wir sind ja bei unserer Spiele-App, bei unserer Mathe-App schon fast durch. Und als nächstes programmieren wir uns einen Spielautomat. Wenn ihr jetzt zwölf seid, ich habe keine Ahnung, wer eventuell dieses Video sieht, der weiß eventuell nicht, was ein Spielautomat ist. Wer schon mal einen Fuß in eine Spielhalle gesetzt hat, der sollte vernünftig darüber nachdenken, ob das Sinn macht. Viel mehr Spaß macht es doch, sich diese Automaten selber zu programmieren und dann mit unendlich viel Geld daran spielen zu können. Gut, man kann nichts gewinnen, aber naja, gewinnt man sowieso dauerhaft nicht. Okay, das ist also ein Spielautomat, wie funktioniert der? Man wirft da Geld rein, diese Beträge sind in Cents dargelegt. Das heißt, wir haben jetzt 2 Euro reingeschmissen und können den jetzt starten. Vielleicht kommt ja auch ein Gewinn. Da unten haben wir 3 As. Ultimative Animationen. Und diesen Geldbetrag von 50 Cent können wir jetzt riskieren. Vielleicht kriegen wir ja 1 Euro. Ja, vielleicht kriegen wir auch 2. Ja, vielleicht auch 4. Ja, vielleicht auch 8. Ja, 16. Ja, 32, 64. So ist es dann echt auch. Auf der letzten Stufe kackt dann alles zusammen. So etwas werden wir programmieren. Wir werden uns vielleicht etwas mehr Mühe geben, den etwas schöner gestalten. Aber sowas... Oh, guck mal, eine 5er Reihe A. Es gibt 2,50. Nehmen wir mal mit. Also sowas in der Art werden wir schreiben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Und könnte, denke ich, mir jede Menge Spaß machen. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr da dabei seid. Wiederhole dich doch nicht so oft. Und ja, bis dahin. Ciao. Ciao.